Hey! Ist schon noch was besonderes, dass wir uns hier sehen? Hab vielleicht die letzte Zeit nichts mehr gemacht? Wir wollen uns jetzt gar nicht erst rechtfertigen oder gar entschuldigen. Wir wollen euch ja aufklären, was jetzt mit diesem Kanal passieren wird und was die zukünftigen Pläne sind. Erstens Upload oder so. Versprochen haben wir dienstags um 16 Uhr und das haben wir sogar eingehalten. Nur das mit dem Jeden hat nicht so ganz... Okay, seien wir ehrlich, es hat gar nicht funktioniert. Also wir wollen jetzt gar nichts versprechen, was wir absolut nicht halten können. Das heißt, jede Woche ein Video ist einfach nicht machbar, wegen schulischen und anderen Terminen. Deshalb werden wir jetzt jede zweite Woche ein Video rausbringen. Zweitens Inhalt, wenn man das so nennen darf. Wir möchten etwas mehr Freiheit an unsere Videos bringen. Deswegen werden wir sehr wahrscheinlich keine festen Formate haben können. Und wir werden es eher ein bisschen mehr ausprobieren. Schauen, was uns Spaß macht oder was wir gut können. Um einfach am Ende vielleicht das beste Video der Welt rauszubringen. Drittens Qualität. Wir sind schon an einem sehr hohen Qualitätslevel angekommen. Wir versuchen aber immer noch besser zu werden. Wir versuchen immer, immer besser zu werden. Wir versuchen uns jetzt ein bisschen experimentell auszuprobieren, wie wir die beste Qualität aus unseren Videos rausholen können. Deshalb haben wir auch vor kurzem erst eine Investition gewahrt. Wir haben uns eine Lumix G70 geholt von Panasonic für bessere Bildqualität, unter anderem auf 4K. Wir haben uns Audio-Equipment besorgt, unter anderem dieses Richtmikrofon hier. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Auf jeden Fall, jetzt sind wir in der Endcard angekommen. Und falls ihr interessiert seid, das Equipment, was ihr uns gekauft habt, zu kaufen, dann sind jetzt unten Affiliate-Links. Mit denen könnt ihr uns unterstützen. Das wäre super von euch. Zum anderen seht ihr jetzt hier ein neues Video. Und da könnt ihr abonnieren. Und ich mache jetzt einfach so. Und das war es noch schon. Tschüss.